Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together auf dem Damakash-Server mit Asrita. Ja, recht herzlich willkommen und wir sind wieder bei einer neuen Folge und werden dann gucken, dass wir den Turm noch weiter in die Höhe kriegen. Ich glaube, da fehlte noch ein bisschen. Ich habe hier in der Abwesenheit zwei Föckeln hingesetzt, weil zu dunkel war. Ich habe mir gerade überlegen, hier sind wir wohl voll falsch hingelaufen. Ja, ich wollte auf jeden Fall gerade ein bisschen gucken. Haben wir Kohle hier? Oh, haben wir keine Kohle hier. Hast du noch Kohle? Äh, Inventar habe ich keine Kohle, nein. Okay. Ja, ich bin schon wieder andere Spiele gewöhnt. So, das Treppenhaus vom Turm ist schon fertig. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wo muss ich hin, um Kohle zusammen im Keller. Und das täuscht jetzt, weil da noch was fehlt, glaube ich. Aber wie komme ich denn da hin, ohne dass ich da runterfallen muss? Ja, ich glaube, ich mache mal hier noch eine Treppe irgendwie hin. Aha. Eine Fledermaus. Keine Fledermaus. Keine Fledermaus. So. Achtzehn Steine habe ich hier noch eine Tasche. Die sitze ich mir jetzt hier noch hin. Ich weiß noch nicht, warum man, der Turm, der Turm hat kein Fenster im unteren Bereich, oder? Eigentlich nicht. Das ist noch eine Fledermaus. Eigentlich dürfen wir es ja gar nicht hier weiterbauen, ne? Letzter Stein. So, da ist die Pechsteinpfleger-Maus. Die müssen wir schützen, oder wie, oder das? Genau. Habe ich noch Steine? Nein, ich habe keine Steine. Das waren die letzten Steine. Ne, ist nichts mehr hier. Schade. Mir fällt gerade so auf, dass ich die guten Steine verbaut habe, gerade. Ich komme nicht mit dem Inventar. Das ist schon wieder schwer, sich umzugewöhnen. So, passt es so, ne? Da wird sie nicht. Ja, haben wir noch Steine, oder nicht? Ich habe noch welche. Ich wollte jetzt gleich kommen. Ich bin jetzt so bei der Beine. Im Ofen sind jetzt... Ich bin schon beim Ofen. Ich habe... Noch drei Stück, die gebe ich dir, oder? Mehr habe ich nicht. Jetzt habe ich 40 neue. Mhm, warte. Hast du noch welche, oder nicht mehr? Nummer vier. Gut, dann verbaue ich die erst mal. Ah, da muss ich rein. Da nicht. 2, 4, 6, 8, 9. Das heißt... 2, 4, ja, da muss einer hin. 2, 4, 6, 8, 9. Da muss einer hin. So. Und noch einen habe ich. Und das war's. Oh, ist der aber... So ein Shit, doch nicht. Aber... Rüstung... Oder Herzchen weg. Hast du noch Steine? Nein. Dann müssen wir die abbauen, oder? Oder ich gehe zu Damakasch. Oh, ich lasse die fallen mit Kuh. Wir haben noch in jedem Anleicht was, oder? Ich wollte Kuh drücken zum Wegstecken, aber... Ging irgendwie nicht so ganz. Oh, hier geht's an der Etage tiefer. Wieso das denn? Weil ich da abgebaut hab. Hast du noch abgebaut. Hier könnten noch ein paar Fackeln hin. So, immer schön Steine klopfen, oder wie war das? Kohle brauchen wir auch, oder? Hm, eigentlich nicht mehr. Ich hab schon genug gesammelt. Okay. Ja, du kriegst ja vier Fackeln aus einer Kohle. Irgendwo truft hier Wasser. Da war was Blaues zu sehen, dann ist da ja wohl Wasser, ne? Oder? Ja. Wenn man rot ist, sollte man nicht weiter nach oben. Oder von da raus kommt, Graben. Und wo kommt's? Andere Seite. Da. Irgendwas läuft hier grad, wenn's falsch. Was denn? Ah! Irgendjemand hat hier was falsch gebaut. Wie falsch gebaut? Hm. Ist das richtig, das da? Nein, das ist doch nicht richtig, das da. Was denn? Irgendjemand hat hier Schienen blockiert. Muss ich jetzt laufen, oder was? War ein Saboteur da, oder was? Ja, anscheinend. Man kann ja nicht fahren. Wahrscheinlich dann mag ich das abgesperrt und ich fahr jetzt einfach. Pass auf, dass du nicht gleich in irgendein Riesenloch fällst, oder sowas. Ab. Ich kann vorher raus. Ich muss mir nur gucken, dass ich nicht mit E absteige, weil das ist jetzt endlich... Wenn das so komisch gluggert, dann ist das doch Lava eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Wie hab ich das gerade so gehört? Hört sich so ein, so ein gluggern, so an wie Lava. Oh, da unten ist Kohle. Cool. Vielleicht... Kommt die Lava. Ich habe gerade unten einmal Kohle abgebaut und schon ist meine Axt kaputt, sondern meine Pickaxe. Super. Kann ich jetzt hier noch eine bauen? Nein, kann ich nicht. Doch, ich hätte eine Truhe dabei. Aber nur ein Sticky würde ich aber doch da, glaube ich, hinkriegen, ne? Das war eine tolle Idee. Ah, die kann ich da einbauen, wenn... Oh, gar nicht mehr viele Steinziegel da. Ja, da ist Holz. Aber ganz viel Stein. So, und dann habe ich 27 Bauern, da habe ich mir ja mal gerade eine Pickaxe von Bauen, ne? Ja, brauchst du nur dreifend. Warte, bin ich jetzt blind oder? Ich habe nur drei Stacks genommen. Okay, ich komme wieder. Geht automatisch auf. Okay, da ist auch eine reisenglaue. Hast du noch Brot? Ja, noch ein Stück. Das Glück hatte gerade wieder. Es muss hier irgendwo in der Nähe Lava sein. Oder ist das auch Wasser, was Glück hat, ne? Das hier geht. So dunkel, ich sehe da nichts. Könnte sein, dass da noch was ist. Oh, zack, habe ich. Egal, hoch. Da geht's nicht hoch, da geht's hoch. Gut, dann bin ich wieder rausgekommen. Oh, da war wieder ein Loch, super. So, wo ist der Ausgang? Glaub hier, oder? Nö. Hilfe, ich bin immer raus. Nicht so schlimm. Da ist der Ausgang. So, wo sind die Steinchen alle? Da rein. Kohle habe ich auch gefunden. Da rein. Das läuft erstmal. Da ist noch Kohle drunter, da sind noch Steine. Da ist auch noch Kohle drunter und da ist auch nochmal Steine. Gut, das läuft wahrscheinlich frei. Da ist der Autoscooter. Schon wieder dunkel draußen. Ich habe das Gefühl, der wird gar nicht mehr gebaut. Ich glaube, das habe ich jede Folge, wenn ich hier vorbeilauf. Okay. Vielleicht mit dem Schaf. Zwei will ich jetzt noch. Ach, da sind schon drei drunter. Cool. So, zwölf. Habe ich. Muss unten rum, ne? So, habe ich auch. Bleib stehen. Da bist du. Hast du Steine mitgebracht? Super. Obwohl, den rein kann ich nehmen. Immer wieder ein, wie das alles. Einst der du jetzt zurückhaben. Mhm. Gut. Na, äh, acht Stück, danke. Was, da waren nur acht? Ne, das war ganz einfach. Ach, ne, meint er nicht aufgenommen, nein. Ich glaube, wir haben einfach so, ich höre, ich war blind. Jetzt klingt so eine doofe Motto rum. Oh, hier komme ich jetzt gar nicht mehr hoch. Naja, kriegen wir auch noch ein. Gleich ganz leise am Mikrofon, zzzzzzzzz. Achso, ich hätte da lang gelaufen können, ne? Hallo. Brauchst noch was? Ne, ich bin recht neben dir. Ohne die Treppe zu nehmen. Ohne die Treppe zu nehmen. Auch gut. Ich dachte schon, ich wäre jetzt runtergefallen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie soll das denn jetzt hier werden? Was denn? Ja, hier mit dem... Ich baue jetzt einfach mal alles an. Ich werde mal die Wände hochbauen. Das war nicht so gut, ne? Ich wollte gerade was sagen und dann falle ich auch runter. Gut, dann müssen wir... Keine sind bestraffene Liebe, Gott, sofort. Und das in der Kathedale. Oh, oh. Noch höher? Nee, da bist du schon richtig, ne? Aber der ist dann jetzt hier noch was... Ach, das Boot nicht da entbauen. Was denn jetzt hier? Bitte? Was soll ich jetzt hier machen? Hier auch. Ja, alles weiter hoch. Da kannst du auch die Mauer hochwauen. Du siehst ja die Innenseite vom Turm Eckstein. Kannst du glaube ich weglassen. Oh, jetzt komme ich nicht hoch, weil über mir was ist. Oh, und steck es alle. Jetzt habe ich noch acht Stück. So, wir müssen ja da ganz oben hin auch noch, ne? Okay, da war es zu Ende. Du kannst es doch so stufenartig bauen, dass du immer weiter gehst. Ich habe keine Steine mehr. Gut. Wieso machst du das nicht so, wie ich das ja gemacht habe? So stufenartig. Ich glaube, das ist die beste Methode. Okay. Dann steh mal hier und her zu laufen. Okay, muss man auch. Macht keinen Sinn. Aber ich sehe, dass die Folge auch schon langsam wieder zu Ende ist. Ja, genau. Warte, wie ich nehm auch noch mal rechtsklicken, genau. Hier. Da muss irgendwo noch ein Stein hin, ne? Rot für die Welt. Ich habe noch acht Brote. Was hast du? 32. 33. Ich habe nicht. Oh, ich kann nicht rechnen. Oh, der Stack ist auch schon leer. Egal, nach der Schule muss man nicht rechnen können, das weiß ich. So, jetzt muss ich da hin. Und das ist auch zu. Und hier ein Kuchen. Danke. Aber es ist nur Külberskuchen. Ich glaube, hier muss man auch zum anderen. Das sieht man nachher von unten. Also ich habe keine... keine Steine mehr. Da vorne ist ein Lavasee. Oh, jetzt hat mich was aus Minecraft geschmissen. So, mal wieder. Was auch immer das war. So, ein Stein habe ich nur noch. Wahrscheinlich war das Skype. Mann, Skype. Skype-Fenster ist nämlich verschoben. Oh. Gut. Dann sind wir erstmal soweit. Gehen wir wieder zum Eingang oder wie? Ja, schlafen. Gut, dann auf zum Eingang. Ja. Dann haben wir wieder eine Folge vorgekommen. Eine erfolgreiche Folge wie immer. Genau. Wir haben was gebaut. Wir haben wieder was geschafft. Tür zu, damit es nicht zieht. Ab ins Bett. Und ja, dann würde ich sagen... Heißt, dass ich ein Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.